Also jetzt sind die einfach. Das ist schön. Oh, Medusa-Heads. Strike the one who blocks the golden wings. Schlage denjenigen, der die goldenen Flügel bewacht. Was? Ist es der unter mir? Bewachst du hier die goldenen Flügel unter mir? Oder die Medusa-Köpfe? Oder das hier? Schlage ich mal dich unter mir. Ja, das war der Medusa-Kopf, aber es war cool. Ja, also wirst du jetzt mal erschlagen, mein kleines Zuckertörtchen, ne? Fuck, fuck. So, und nun... So. Tück, tück. Oh, ne, oder? So, bringt aber nix. Du bewachst auch nix? Okay, gut. Ähm, holen wir mal den Glyph-Reader raus. Hier ist auch nix. Hm. Okay. Also hier war nix. Dead End. Moment. Ja. Hm. Schade, schade, schade. Ja, hab alles abgesucht mit Klicken gerade. Nix drinne, kann ich jetzt bestätigen. Ah. Auge. Das macht so einen Spaß. Also schön. So, gehen wir halt die Treppe weiter nach oben und gucken, was es da zu entdecken gibt. Es geht so... Ach du Sche... Ach du Scheiße. Ach du... Nein. Ähm. Ja, ja. So, weg mit dir. Fuck, fuck. Oh Gott, jetzt Walljumps. Oh Gott, und Medusa. Was zum... Ach du Scheiße. Okay. Schnell. Oh Gott. Nein. Oh, nein. Ich muss jetzt Walljumps perfekt hinbekommen. Okay. Oh Gott. Hördi, da, dir, da, dir, da, dir, da. Und jetzt. Hm. Okay, geschafft. Wuhu, wuhu, wuhu. Ich bin... Wuhu, wuhu. Wuhu, wuhu. Axt, Axt, Axt. Oh Gott, wenn alles seinen Dienst versagt, hilft die Axt. Ein Wort mit der Axt und alles ist gut. Fledermäuse. Und... Was sind das? Nein! No! Mh. Ey. Okay, okay, okay. Oh, fuck, ey. Das ist ein hammerhartes Gebiet hier. Ganz im Ernst. Weil sowas kotzt einfach nur an. Das haben die Entwickler absichtlich gemacht. Die haben hier Walljumps hingebastelt mit Medusa-Heads. Und jetzt hier halt diese, wie auch immer diese, kranken Maschinen heißen. Und die Fledermäuse hauen einfach ab. Die werden intelligent. Ich krieg's nicht in meinen Kopf. Ja, und ich treff nicht. Geil. Alter. Jetzt! Nein! Oh, okay, okay, okay. Ja, und... Bitte, hauptsache die Fledermaus ist weg. Weil die schießen mich einfach immer zurück. Das ist völlig in Ordnung. Auch noch getroffen, gut. Oh! Ich kann euch treffen, das ist gut. Moment, Moment, über mir, über mir. Und... Achso. Puff! Juhu! Ha! Ha! Dieses Gebiet ist hammerhart. So. Wow! Nummer 1 ist tot! Perfekt! Oh Gott, ich hoffe, die erscheinen nicht wieder. Das wäre mein Albtraum. Oh, beide tot. Sehr schön. Gibt's hier irgendwas... Nein, Wall Drums. Oh nein. Ich hab ja wenigstens jetzt mit Treppen gerechnet. Unsichtbare Treppen. Irgendwo. Irgendwo. Oh nein. Gut. Immerhin keine Medusa halt, sag ich mal. Fick, fick. Hm. Okay. Fick. Na! Ha! 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 So ist es dann doch fast schon fair. Ey! Wahnsinn! Also wenn's jetzt nochmal passiert, dann kann ich nicht unbedingt sagen, dass es an mir liegt. Wenn's über dreimal an einer Stelle geschieht, obwohl ich das Spiel mittlerweile kann. Gut. Schade, es lag an mir. Ja. Mhm. Wall Jump lernen wir nochmal. Oder Grapple Jump. Wie auch immer. Gut. Und. Gut. Gut. Da oben kommen wir jetzt auch einfach so hin. Zack. Oh Gott. Und noch weiter hoch. Jetzt nicht nochmal so ein Gebiet. Bitte nicht noch. Nein. Oh Gott. Mit einem unsichtbaren. Also mit eigentlich unsichtbaren. Ey. Okay. Oh Gott. Nein. Ne, 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 ne. Ohne Medusa jetzt bitte. Ey. Alles. Aber keine. Fickt euch. Was ist euer scheiß Problementwickler? Gut. Das war. Nein. Ey. Was zum. Was? Ich hab dich angeguckt. Wie hast du mich von hinten. Ey. Ficken. So. Schönes Spiel. Mensch. Hey. Krass. Die Freude wird ja riesig groß. Come on. Lad Mami und Papi ein. So. Oh. Wahnsinn. Was für ein Scheiß. Ja. Genau. Limesa. Mhm. So. Schön. Nochmal. Aber immerhin ist dieses eine Viechter tot. Das freut mich ja schon mal. Ey. Oh Gott. Nein. 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 Ja. Ja. Ach. So ein Schufa. Jetzt erwischt ich mich von vorne. Das ist ja was komisches. Ja. Nein. Warum hab ich die nie erwischt? Ah. Geh weg. Du auch. Gut. Gut. Danke. Und? Na. Kein Treffer mehr nachgesetzt. Ey. Ist das ein. Ja. Nein. 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 Weiter geht's. Ich krieg Lust. So. Jetzt zeigen wir einfach mal dem Spiel hier, wer der König ist. Echt ey. Was soll das? Boah. Krieg ich. Die. Krise. So. So. Ja. Grapple Jump for the win, sag ich mal. Jetzt dürfte eigentlich nur noch einer leben. So sieht's aus. So, jetzt ist mir alles hier was egal. Okay, gut. Den merke ich mir. Also der war gut. Moment. Ich will ja nur was testen. Ne. Gut, ja. Toller Test. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Ah, leck mich. Leck mich. Ah, leck mich. Ich werd verrückt. Ich werd verkloppt. Das ist geil. Gutes Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Nein. Ja. Okay. Nein. Ja. Gut. Ja. Nein. Gut. Tiki-tiki-tiki-tiki. Die Medusa-Heltsi. Die sind... Das ist krass. Wie soll ich dann überhaupt weiter nach oben kommen? Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Ein Flugzeugmodell. Ein Plane-Modell. Ein... Modell. Ach, leck mich. Ne. Das kann man nicht schaffen. Also bei... Ja. Bei aller Liebe. Ne. Das... Ne. Das probier ich gar nicht erst. Da werd ich jetzt schreien und die ganze Zeit... So. Jetzt hab ich ein Flugzeugmodell. Was macht das Flugzeugmodell? Ich hab ein Flugzeugmodell. Kann ich damit jetzt in den einen Raum da weiter, wo wir jetzt links waren? Okay. Jetzt gehen wir mal nach links dann. Boah. Ey. Wie? Ey. Boah. Hammer. Hammerhart. Ist ja Hammer, 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 Hart. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Da ist ein armen Start. Wart, Baby. Ah. Hey, da war doch... Wie geil. Okay. Wir sind einfach mal den kompletten Weg wieder runtergefallen. Aber ich habe auf dem Weg nach unten bemerkt, dass die eine Statue weg war. Und das war gerade fast viel im... Was? War besser. Das klang gerade fast wie im Stimmbruch, dass die eine Statue weg war. Statue. Ich kann einige Werte nicht mehr sprechen, Mama. Was ist los mit meiner Stimme? Und ich bekomme so komische Haare am Pullermann. So. Ähm. Jetzt gehen wir nach oben und nach links. Und... Die Statue ist weg. Aber dafür ist da jetzt ein Durchgang. Pippe, 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 pödu. Auf Wiedersehen, Scheißwelt. Hallo. Scheißwelt. Okay. Whoopi, do. Pfff, 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 pff, pfff. Pfff, pfff, pf. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, 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 pfff. Pff, hat einer gefehlt, würde ich sagen. Ne, nach oben springen können wir nicht. Ich probiere das jetzt. Immer. Ähm... Nochmal untersuchen. Was ablegen. Ach, Dreck. Hier das Ding. Nein. Oh, dann halt mit der Axt. Ach, können wir nicht durch. Oh, gut, haue ich hier gleich mal wieder ab. Das bringt ja jetzt schon viel. Ja, ich habe gesagt, ich haue hier ab, oder? Ja, habe ich. Aber wir sammeln vorher noch ein bisschen Erfahrungspunkte. So. Ich sehe hier keinen weiterkommen. Die Wand dort blockiert meinen Weg. Ja. Gehen wir erstmal jetzt den anderen Weg. So. Ach, dieses Ding. Ah, deswegen. Wenn ich mich bewege, bewegt es sich auch. Wenn ich es angucke, dann kommt es mir halt entgegen. Ah. Das ist cool. Also die Idee ist cool. Oh, ein kleiner Augenklopft. So. Gut. Die, die, die. Und, ach, nee, hier ist jetzt auch ein unsichtbares Biest. Das ist ja unsichtbar. Äh, das ist ja... Oh, das ist unsichtbar. Oh, Funk. Ja, ja. Gut, hier hat sich nichts verändert. Alles beim Alten. Das machen wir erstmal alles schön kaputt. Dafür gibt es aber auch gar nichts. Warum nehme ich eigentlich nicht mal wieder mein Katana? Ah, Katana! Arakiri! Okay. Okay. Dann, jetzt nach oben. Und... Oh. Ich kann nicht gedrückt halten. Ich muss die ganze Zeit... Hey! Ja, danke, 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 das ist... Das ist... Das ist... Was soll das denn jetzt? So, okay. Du bist einfach tot, Baby. Danke, 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 nach oben, nach oben. Ich muss die ganze Zeit drücken. Äh... Das macht ja Spaß. Drück-Action, gut. Ich kann mir einen abdrücken. Oh, geil. Oh Gott. Leck mich doch bitte nicht. Ja, weil ich muss mich ja bewegen. Deswegen kann sich das Tier ja jetzt auch die ganze Zeit bewegen. Weil ansonsten würde ich mit dem Wasser hier wieder runter... Oh, ey. So. Dachtest wohl, ne? Dachtest wohl. Und ah, die Statue ist weg. Wie geil. So. Wer bist du? Das ist ein erscheinender, schlechter Kampfsportler. Ja, der ist tot. So. Hier gibt's nix. Zack. Und... Wow. Also knapp... Wop, wop. Knapp dem Messer ausgewichen. Wo kommen wir jetzt hin? What the fuck. Wow, ihr müsst die Musik hören. Wow. Wow. Was? Okay. Oh, wie geil ist das denn? Oh, diese Spielmusik ist so Hammer.